Musik Zur brückentechnik schnell noch etwas die war für heute mit auf dem plan Die wird es die mit verwenden brückentechnik ist was für freche verkäufer Deshalb ist sie auch nicht bei jedem beliebt obwohl sie viele fans hat Brückentechnik mikrofon kannst du das hinten weiter reichen gehen wir mal das mikrofon an werner Ist werner im roten t-shirt ja werner ja Prima einen knallharten einwand Das hat meine tochter schon Also sie hat schon einen freund Ja Sagen sie doch jetzt nur weil sie glauben dass ich ihre tochter überhaupt nicht glücklich machen werde oder kann Nein aber wir haben ja Schauen sie haben sich ja zu spät gemeldet und da haben wir gedacht sie melden sich gar nicht mehr und Da haben wir gedacht dann sucht sie sich einen anderen freund Das heißt dann ist es ihnen wichtig dass Ihre tochter die gelegenheit bekommt zu überprüfen ob ihre jetzige entscheidung die beste ist die sie treffen konnte nicht wahr Sofern sie ihre tochter lieben Ich einfach mal Das füge ich normalerweise nicht also da lassen wir erst mal nichts dazwischen Ich liebe sie ihnen wichtig denn natürlich Ja ich wollte noch ein bisschen chili aufs brot geben Dann ist sie also wichtig dass ihre tochter Noch sicher sein kann dass sie mit ihrer jetzigen entscheidung die bestmögliche entscheidung getroffen hat Also es ist ein top typ Dann ist also von großer bedeutung dass ich das was sie so gut findet und was auch ganz offensichtlich auch ihnen ans herz gewachsen ist Dass ich nicht nur diese eigenschaften aufweise sondern darüber hinaus lücken fülle die ihn ebenfalls noch wichtig sind welche dinge sind ihm außer Dass er top ist wichtig an einem schwiegersohn Da müssen wir mal meine tochter fragen das heißt dann gibt es noch dinge aber Die ganz offensichtlich noch nicht besprochen wurden nicht wahr Gut ja ist okay ich bin auch vater ich kann das vollkommen nachvollziehen Ja was würde es für sie bedeuten wenn ihre tochter für ein offenes gespräch noch mal zu uns ja zu dritt mit Aber die hatte ich ja jetzt schon verliebt verliebt ja wie oft waren sie schon verliebt Dankeschön das heißt Das gute kann immer noch durch das bessere ersetzt werden das ist uns zu billig ich weiß Das liebevollere kann durch das noch liebevollere ersetzt werden nicht wahr wie klingt das für sie wenn ihre tochter feststellt dass die liebe immer noch eine möglichkeit mehr kennt Ich war immer mit meiner tochter prima das ist in der 28.5 bei ihnen für den tag Der 28.5 da habe ich geburtstag ja trifft sich super ja die geburt einer neuen sehnsucht ja also So was wollen finde ich brückentechnik ja habt gemerkt das sagen sie nur noch dessel weil sie glauben ich kann ihre tochter Nicht glücklich machen was das interessante bei dieser technik ist du gibst einfach irgendeinen x-beliebigen einwand hätte Gerade so 08 15 einfällt Keine zeit das sagen sie doch jetzt nur weil sie denken ich will sie Ich stehle ihnen die zeit und kau ihn ein ohr ab nicht wahr wenn er ja sagt Einladung dann ist es ihnen also wichtig dass unser gespräch so und so und so verläuft statt Wie sie es vermuten wenn er sagt und es machen die meisten die korrigieren nämlich dann diesen kleinen affront an seine etikette Der würde mir niemals sagen Ich empfangen sie nicht weil sie mir doch nur ein ko ein ohr abkauen Da ich ihnen aber damit provoziere Es sind die meisten menschen Gewillt das richtig zu stellen Und geben mir dann die wahre bedeutung Als rückmeldung Kurzer test gibt man das mikrofon rechts nach außen da hinten in hellblauen Genau du bringen wir mal einen schönen einwand Sie waren da schon dreimal da und ich habe ihn jedes mal gesagt ich will nicht jetzt sind sie schon wieder da der ist gut Der ist gut haben wir das auf band war das deutlich ja also Wie oft haben wir uns jetzt schon getroffen dreimal Jetzt muss ich leider eine andere technik verwenden ja Muss wenn ich möchte eine andere sagen sie mal gut die steht jetzt leider nicht hier dran ja sagen sie mal lieber herr meyer heißt kunde die weil kunde würden sie es ein viertes mal versuchen wenn sie davon überzeugt wären dass ihr produkt absolut untauglich ist In dem fall glaube ich nicht wir klären sie sich dann dass ich am ball bleibe Sie haben noch eine überraschung in petto diese bei den ersten drei mann ist also wichtig dass ich noch was habe was einen vierten anlauf rechtfertigt Ja haben sie doch was möchten sie gerne das ist die frage aber wir waren schon dreimal Ja gut prima dann ist der achtundzwanzigste vierte schon gebombt was sind das bei ihm für ein tag Nicht mein geburtstag aber passt super nehmen sie auch außerhalb ihrer geburtstage geschenke entgegen Einmal die woche ausgezeichnet danke ja Danke also jetzt konnte ich die brückentechnik nicht präsentieren ja aber ich mache es doch mal gerne weil ich Da eine größere schleife hätte schlagen müssen aber ich mache es einfach nur mal so ja du bringst du noch eine einwand von eben noch mal den einwand den gleichen bitte Kannst du schon dreimal da ich habe jedes mal gesagt ich will nicht und jetzt kommen sie schon wieder das sagen sie doch nur weil sie denken Ich will ihnen ein viertes mal ihr ohr abkauen und hat nichts neues im gepäck Genau dann ist es ihnen also wichtig dass ich wirklich was neues im gepäck habe nicht wahr Ist gut die wahrscheinlichkeit dass er jetzt ja sagt ist relativ gering deshalb habe ich mich von vornherein für eine andere vorgehensweise entschieden Weil es ist ganz offensichtlich dass sein schmerz depot schon komplett von mir belegt ist also ausgefüllt wurde ja das ist keine weitere luft mehr nach oben gibt Ja gut Also ging es nur darüber ihm zu ihn selbst erkennen zu lassen dass es gut sein muss wenn einer viermal am ball bleibt der muss entweder ein totaler vollidiot sein oder Etwas haben was ihm die kraft gibt noch einen anlauf zu wagen das war seine eigene erkenntnis Deshalb hält er sich ja jetzt noch den bauch vor lachen Also brückentechnik heißt provokative einwand einfach mal was behaupten Rückmeldung kann nur zweierlei in zweierlei form erfolgen entweder hätte haben sie aber recht dann ist sie also wichtig dass oder nein Das ist so und so und so und so ah dann ist ihnen also wichtig dass abc.de das die brückentechnik Nicht für jeden verkäufer geeignet weil um zu provozieren musste ein paar sachen sagen Ich habe kein geld das sagen sie doch nur deshalb weil sie glauben ich ziehe ihnen den letzten groschen noch aus der tasche und sie haben nichts davon nicht wahr Ja da waren schon viele verkäufer da die haben mir versprochen ab ist ein schritt weiter Und hast informationen die du schön für frühstücken kannst So ja na wer hat denn hier kein mikrofon Und keiner meldet sich Und keiner meldet sich Okay klaus wenn ich nicht mehr weiterkomme dann durchaus mit der brückentechnik anwenden ja und die klappt dann eigentlich sehr sehr gut Echt man ein beispiel aus eigener erfahrung wieder fitnessstudio eiweiß branche Ich habe zum beispiel bei der telefonakquise habe das gemacht wie ich dann pkv verkauft hat ja und darauf die ganze Er hat gesagt nein mache ich nicht mache ich nicht habe ich eine einwandsplanung der anderen gemacht und habe gesagt jetzt sagen sie mir doch nur weil ich ihnen Unsympathisch bin aha und dann nein wirklich nicht wirklich wirklich okay dann treffen und sagt ja okay Ja so einfach Ja Die provokation führt nämlich dazu dass er sich dann rechtfertigen möchte in der annahme er hat ihn jetzt verletzt will er wieder was gut machen war total clever Und dann hat er dir etwas zurück geschenkt um sich bei dir zu entschuldigen Neigen übrigens fast alle menschen dazu wenn er sie provoziert ja und dann ihre An ihrer lauterkeit Kratzt dann wollen sie sofort was gut machen Übrigens machen das die meisten frauen bei den männern ihre wichtigste strategie ist um uns erst mal heulen Sie heulen damit wir das bedürfnis haben was gut zu machen und uns schlecht fühlen Ja und dann haben die ständigen wunsch frei Ist ungefähr das gleiche psychologisch absolut keine neuheit leicht zu durchschauen funktioniert aber super ja Und so das sagst du doch jetzt nur weil du mich nicht mehr liebst ist auch die brückentechnik nein Aber gott Zeig mir doch deine liebe ja Okay Ja also ist genau das gleiche das sagen sie doch jetzt nur weil sie mich weil sie mich hassen ja oder wie hast du gesagt noch mal wiederholung Das sagen sie jetzt doch nur weil sie mir nicht sympathisch finden Ich würde doch niemals sagen dass er hässlich oder unsympathisch ist entschuldigung und in vorauseilendem gehorsam mache ich das gleich mal gut Obwohl ich gar nichts gemacht habe Ehe nennt man das Ja er hat sich ja auch dann dafür entschuldigt ja extra noch sich für was zu entschuldigen was er überhaupt nicht verbrockt hat ja aber okay nennt man auch ehe